Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Morle. Ich liebe es, wenn mir meine Menschen Geschichten vorlesen. Und auch die Geschichten im Fernseher fesseln mich ab und zu. Da gibt es sogar ein Foto. Das suche ich euch nochmal raus und zeige es euch am Ende. Dabei habe ich so viele Ideen gesammelt, dass ich jetzt auch beschlossen habe, selber Geschichten zu filmen. Die Geschichte heute heißt Der kleine Hai. Und eine Bastelidee will ich euch auch unbedingt noch zeigen. Viel Spaß dabei! Es war einst im Indischen Ozean, da verabschiedete sich ein kleiner Weißspitzen-Riffhai von seiner Mutter und zog ins weite Meer hinaus. Er zog von Riff zu Riff und erfreute sich an den vielen bunten Korallen und den vielen bunten Fischen, die dort zu Hause waren. Doch schon bald war es ihm zu langweilig, so allein, und er beschloss, sich einen Freund zu suchen. Er fragte alle kleinen Riffhaie, denen er begegnete. Doch die lachten nur über ihn und riefen, wir bleiben lieber allein, dann müssen wir nicht die Beute meilen. Das machte ihn sehr traurig und so zog er allein weiter, bis er einen Thunfisch traf. Hm, warum sollte dieser nicht mein Freund sein, überlegte er und fragte ihn daraufhin. Doch der Thunfisch antwortete nur, deine Zähne sind schärfer als meine, und wenn du Hunger hast, wirst du mich einfach fressen. Als nächstes begegnete ihm ein Zackenbarsch, und er fragte auch ihn, ob er sein Freund sein wolle. Aber dieser sagte, du bist viel größer als ich, und wenn du Hunger hast, wirst du mich einfach fressen. Daraufhin traf er einen Fledermausfisch und fragte wieder, doch dieser antwortete, du schwimmst viel schneller als ich, und wenn du Hunger hast, dann wirst du mich einfach fressen. Der kleine Hai wurde noch trauriger, doch aufgeben wollte er noch nicht. Am nächsten Tag traf er einen Kugelfisch und fragte auch diesen, Kugelfisch, willst du mein Freund sein? Aber der saugte sich sofort voller Wasser, bis er rund wie ein Ball war und rief, wenn ich mit dir spiele, verliere ich alle. Alle meine anderen Freunde! So schwamm der kleine Hai alleine weiter und begegnete einem Kofferfisch. Kofferfisch, willst du mein Freund sein? Nein, du bist zu klug. Gegen dich würde ich beim Spielen immer nur verlieren. Der kleine Weißspitzenriffhai verstand die Welt nicht mehr, und als er einen kleinen Rotfeuerfisch auf einem Korallenblock sitzen sah, wollte er es ein letztes Mal versuchen. Hallo Rotfeuerfisch, willst du mein Freund sein? Doch dieser stellte sofort seine giftigen Stacheln an den Rückenflossen auf und sagte, ich sitze lieber auf meinen Korallen, anstatt mit dir zu schwimmen. Nun hatte der kleine Hai endgültig genug und beschloss, nie wieder jemanden zu fragen. Da kam eine Goldmakrele vorbeigeschwommen. Hey, kleiner Hai, warum bist du so traurig? fragte sie besorgt. Der kleine Hai antwortete, ich bin nur traurig, weil niemand mein Freund sein will. Sie haben Angst, weil sie glauben, ich sei in allem besser und stärker als sie. Doch anstatt von mir zu lernen, drehen sie mir viel lieber den Rücken zu. Die Goldmakrele hatte Mitgefühl mit dem Hai. Sie war fast so groß wie er und eine schnelle Schwimmerin, die schnellste sogar im Ozean. Sie hatte keine Angst vor ihm. Und so kam es, dass der kleine Weißspitzenriffhai und die Goldmakrele unzertrennliche Freunde wurden. Sie spielten zusammen im Sand, versteckten sich in Riffhöhlen und gingen gemeinsam auf Beutejagd, wobei sie viel voneinander lernten. Manchmal, da machten sie sogar ein Wettschwimmen und dann sah es so aus, als würde die Makrele den Hai verfolgen. Wenn die anderen das sahen, schauten sie amüsiert zu und die Hälse der im Sand steckenden Röhrenaale wurden immer länger. Doch dann erkannten alle den kleinen Hai an der weißen Spitze seiner Rückenflosse und begriffen, dass er endlich eine Freundin gefunden hatte. Heute brauchst du einen Schuhkarton, Farbe, Pinsel und ein Cuttermesser. Dabei lass dir von deinen Eltern helfen. So, zuerst müssen wir hier ein Loch reinschneiden. Nun hast du ein Fenster. Jetzt wird hier drin bemalt. Und wenn du dann alles in den Farben deiner Wahl angemalt hast, bei mir ist es entsprechend der Geschichte heute halt blau für das Meer und gelb für den Sandboden, also den Meeresboden. Dann kannst du dich an die Inneneinrichtung machen. So, meins ist jetzt ganz blau und gelb. Das muss nämlich jetzt erstmal ein bisschen länger trocknen. Du kannst es natürlich auch mit Tusche anmalen. Dann ist es schneller trocken. Gut, jetzt geht es an die Inneneinrichtung. Ich werde mir Fische machen. Ich werde ein paar Korallen machen. Lasst euch überraschen. Das nächste, was ich anmale, kannst du ganz schlecht sehen, denn das ist eine Klarsichtfolie. Die male ich einfach jetzt nochmal ein bisschen blau an, denn das ist der Meeresspiegel oben. Das, was in das Loch reingeklebt wird. So, dafür kannst du auch gerne Transparentpapier nutzen, dass du das Transparentpapier in das von dir und deinen Eltern ausgeschnittenes Loch klebst. So, die habe ich gerade bei mir gefunden und deshalb habe ich gedacht, probiere ich das einfach mal aus. Das Licht kann hier nämlich sehr gut durchscheinen. So, hier habe ich schon mal ein paar gesammelte Sachen. Einmal die ganzen Fische auf dem Film. Dann habe ich mir noch ein paar Korallen vorbereitet. Ich habe Steine gefunden und so einen wunderschönen Plastikfisch. Das war mal der Behälter für die Sojasauce vom Chinesen. Den kannst du ganz einfach anmalen und dann hast du einen wunderschönen Bruntenfisch. So, und auch die Perlen. Mal schauen, die kommen als Korallen da auch mit rein. Wie du siehst, habe ich da drin irgendwas komisches gemacht und zwar habe ich versucht, Sand festzukleben. Sieht noch ein bisschen komisch aus, jetzt habe ich eine neue Idee, nämlich diese Luftpolsterfolie. Damit geht es jetzt weiter. Damit ich nicht viel damit Kleber arbeiten muss, mache ich jetzt dann ein bisschen Sand auf die feuchte Farbe. Und somit ist es hoffentlich etwas realistischer. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Es liegt alles da, was ich brauche. Und jetzt geht es los. Ach ja, ich habe hier noch mit dem Cutter ein Loch hineingeschnitten. Lass dir dabei von deinen Eltern helfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einmal auch außenrum. Einmal die Szenen aus dem Film eingefangen. Jetzt müssen wir mal was ausprobieren. Ich bin gespannt, ob das geht. Nämlich hier ins Loch zu schauen. Und so kannst du auch einen Guckkasten oder Schaukasten, wie auch immer man ihn nennen möchte, herstellen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Film. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.